Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stato Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Supermarkt Simulator. Nicht wundern, falls dieses Video wieder so schnell kommt, liegt daran, dass ich einfach aktuell nicht so wirklich Ideen habe, was ich für ein Video hochladen kann. Und ich finde, Supermarkt Simulator kann ich dann einfach mal ein bisschen weiterspielen. Denn es werden natürlich, also es kommen natürlich andere Games, aber ich meinte, dass ich für heute irgendwie kein anderes Spiel gefunden habe. Denn Ark Survival Evolved funktioniert nicht mehr, also kann ich nicht mehr starten. Und ja, Asphalt Legends kann ich auch nicht mehr spielen, beziehungsweise kann ich schon, allerdings öffnet sich das Spiel nicht. Da muss ich auch noch ein bisschen gucken, wie das geht. Aber ich versuche das auf jeden Fall zu beheben, dass man dann auf jeden Fall wieder ein Minus darüber machen kann. Weil ich fand dieses Spiel, oder ich finde dieses Spiel recht geil. Maßvoll. So. So. Das war schon unsere erste Kundin. Wir machen das mal ein bisschen weiter nach. Da. Und wir haben ja in der letzten Folge auch ein neues Regal gekauft. Wir haben ja jetzt drei. Und in der heutigen Folge kaufen wir uns eine neue Lizenz. Damit wir mehr Sachen hier reinstellen können. So. Könnten wir uns tatsächlich jetzt schon holen. Wir haben 400.000... Äh, 400.000. 400.000 wäre jetzt geil. Nee, ich meine 400. Wir haben Chips, Tuna, Handtas, Handtug, Cleaner, Shampoo und Toilettenpapier. Das wäre eine nice Sache. Das heißt, das holen wir uns auf jeden Fall gleich. So. Erstmal jetzt... ...dass wir kaufen kurz. Kaufen? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, 1... ...72. So. Was konnte er ja nicht finden? Kaffee. Ja, Kaffee ist ja auch auf meiner Dingsliste, glaube ich, gewesen. Hupala. Warte. So, wir müssen jetzt erstmal hier in den Market gehen. So, wir haben hier neun Sachen drin. Warum haben wir hier neun Sachen drin? Achso, weil die Hälfte schon wieder leer ist. Gut. Zack. So, jetzt haben wir nur noch 123. Das heißt, die Lizenz, ähm... ...geht gerade noch nicht im Raum. So, wir machen natürlich wieder Double-System. Also praktisch... ...alles einmal doppelt. So. Zack. Zack. So, die müssen jetzt hier einmal an der Kasse warten. Ne, ihr müsst jetzt warten, Kollegen. So. Zack. Ihr müsst jetzt leider einmal warten. Denn ich hab hier gerade was zu erledigen. Nämlich die Sachen hier einzuräumen. Und dann kann ich euch abdingsen. So, und wir haben jetzt hier auch... ...endlich Kaffee. Ich weiß gar nicht, was hier unten war. Aber das ist auch egal. Wir können halt einfach... ...das woanders hinstellen. So. Zack. Dann nochmal hier Hanuta. Ich sag immer Hanuta, aber es ist Butter. Wir selling a Produkt. Was? Achso, Kaffee. 9.78. Okay. So, dann noch den hier. Den packen wir mal hier rein. Zack, zack. Und dann nochmal... ...und dann haben wir Ohrners. So, denn hier das hier... Da war der Mund gerade ein bisschen in meinem Blickfeld tatsächlich. So. So. Okay, jetzt kann ich euch abkassieren. Ja. Ja, sorry, dass das voll ist. 37. 10, 20, 1, 2. Man, die kaufen ja auch alles leer, ey. Cake? Kuchen ist leer? Oh. 50, 60. 66, so. Die Junge, die wollen ja alle Kuchen, oder was? Und die hier irgendwie eine Party machen. 10, 20, 30, 40. 44 natürlich, zack. So, 1, 2. 22. Ach, du heiliger. Die vier gekauft, ey. So, 86, 20, 40, 60, 80. Und 6, so. 50, 60, 70, 80, 90. So. Perfekt. Dann haben wir die jetzt einmal hier kurz abgedingst. So, dann können wir jetzt mal gucken, was brauchen wir denn noch? Ähm, den Cake. Cake, Cake, Cake. Ne, das ist das hier. Das habe ich ja jetzt. Hm, haben wir Wasser noch? Ja, haben wir noch. Ähm, das haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Mehl? Ne, Mehl haben wir auch. Toast. Eier, die Eier sind weg. Oh no. Ja, dann kaufe ich hier mal kurz die Eier, so. Ich sehe, ob wir sich ja nicht beschweren können, dass hier Eier fehlen. 50, 6, 7, so. So, jetzt muss ich mal hier kurz für euch Eier holen. Die Eier dürfen natürlich auch nicht fehlen. So, Wasser haben wir noch, das ist gut. So. Ja, einmal das Wasser hier reinpangen. Denn dann, äh, können sie das hier kaufen. So. Zack. Boah, Junge, hat die wieder hier viel auf so Dingens drauf. 77 Euro, Junge. Danke. Ah, ne, ich muss ja noch. Hä, ich muss ja hier noch zurückzahlen. Also, Change 9, okay. 78. So. Ziemlich gerade Frage ist, ich gucke jetzt mal, kann man die scammen? Ne, kann man nicht. Schade. Man kann die nicht scammen. Aber macht nichts. So, 14, 1, 2, 3, 4. Machen wir mal kurz das Licht hier an. Und das ist nämlich sehr wichtig. Öh, wo kommst du denn her? Und der kauft ja auch schon wieder nur Nudeln, ey. 50, 60. 83. 80. 39, 40. Oh. Ne. Ähm, 1, 2, 3, 4. So. Okay, wir haben Toast. Okay, wir haben Toast. Toast müssen wir wiederholen. Können wir schon mal hier zweimal aufschreiben. Wasser. Wasser darf auch nicht fehlen. Andi, da braucht reicht eine, weil die haben sehr viel da drin. Ähm, Kaffee brauchen wir nicht, ne? Nö. Haben wir noch. So. Kaufen. Können wir das hier nämlich nochmal gleich füllen. So. 90 Cent. So, und du einmal noch. Und jetzt muss ich hier mal kurz Wasser holen. So. Zack. Dann einmal Toast. So. Und nochmal Toast. So, und irgendwas haben wir jetzt hier noch hinten, ne? Was ist denn das hier? Die Hanuta. Die können wir hier einmal reinpacken. So. Und dann haben wir hier noch so ein Cornflakes Dingens. Können wir auch reinpacken. So, und dann haben wir nämlich alles einmal weg. So. Perfekt. 50, 80, 9, 5, 1, 6, so. Und 14. Bam. 10, 20. Ey. 1, 2, 3, 4, 50, 5, 6, 7. Ich dachte, hat er etwas gesagt, aber hat er nicht. Okay. So, dann einmal 16, 68, so. Und 5er und 5 Cent. Bitte sehr. So, und jetzt warten sie kurz, denn ich muss hier mal kurz. Wo kommt denn jetzt schon wieder hier einer her? Oh. Mit die Milch. So, danke. Bitte. Tschüss. So, jetzt muss ich hier mal kurz, weil wir haben jetzt einmal die 500. Das heißt, wir kaufen uns jetzt einmal. Ja doch, wir bezahlen das hier einmal und dann kaufen wir uns trotzdem das. So, wir können natürlich auch unser Dings vergrößern, aber brauchen wir erstmal nicht. Wir kaufen uns hier das. So, jetzt haben wir neue Lizenzen dafür. Jetzt können wir mal kurz gucken. Was kann man hier denn jetzt kaufen, so. Also, Chips muss ganz klar da rein. Boah, sind die teuer. Die kosten fast einen Hunni. Fritz Thunfisch. Jünger, warum ist das denn alles so teuer? Und hier können wir schon mal zwei draufpacken. Oder wann machen wir mal nur einen drauf? So. Dann einmal einen Cleaner noch einmal drauf. Shampoo einmal drauf. Und Toilettenpapier einmal drauf. Und dann sind wir schon sogar schon bei 182 Euro, ey. Dollar meine ich. Jetzt ist auch noch die Butter runtergegangen, oder was? 6,62. So. Die ist runtergegangen, okay. Wollen wir das jetzt schon kaufen? Immer noch Toast. So. Ich glaube, wir kaufen das jetzt, oder? Wie teuer ist das denn? Ach so. Oh. 262. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Vor allem haben wir auch keine Milch. Können wir auch Milch einpacken? Äh, einpacken? Ihr wisst, was ich meine. Daraufpacken, meine ich. So. Müssen wir erst mal warten. Auf die neuen Sachen. Ich würde sagen, jetzt können wir das einmal machen, ne? Sind wir natürlich jetzt arme, wenn wir noch 11 Dollar haben. Aber egal. So. Hauptsache, wir haben jetzt wieder gute Waren. Und neue Ware, vor allen Dingen. Das haben wir ja zweimal Milch geholt. Ich, du lieb. So. Ich glaube, ich kann das gerade nicht nehmen, weil ich hier neue Sachen habe, die auch in den Foodschein müssen, oder? War keine Ahnung. So, davon. Oh, nee. Ein. Das kommt hier hin. Machen wir mal hier kurz den Preis. Äh, 5... So, 87. So. Toilettenpapier. Habe ich zweimal Toilettenpapier mitgenommen? Ja. Passt nicht. Egal. Dann kommt das einfach so hin. So. Was ist hier drin? Ah, hier ist dieser Cleaner drin. 31. 98 macht Toilettenpapier. Okay. Sorry, dass das so teuer ist. Das heißt, wenn einer so ein Toilettenpapier-Dings kauft, dann bin ich ja maximal reich, Alter. Checkers are full. Ja. Sorry, du Model. So. 4. 98. So. Okay. So. Und jetzt einmal zack. Und dann hier einmal abkassiert. So. Danke sehr für ihr Money, Money, Money. So, 60 Cent. Bitte sehr. Bitte sehr. Ernsthaft jetzt? Einen Candy kaufst du dir nur? So. 10, 20, 2. So. Zwei Eier. Die ersten trinken nötig, oder? Ja, ich weiß es nicht. 3, 80. Perfekt. Dann einmal 36 Cent. Bitte sehr. Ich kaufe ein... Ne, noch ist Toilettenpapier, glaube ich, da, ne? 60, 70, 80. 1, 2, 1. Schade, irgendwie kauft sich keiner hier Toilettenpapier. Schade. Wir haben auf jeden Fall wieder 100 Ditscher. Das ist geil. So, wir könnten schon mal aufschreiben. Kaffee. Machen wir Kaffee dann auch direkt zweimal, würde ich sagen, ne? Oder? Weiß es jetzt nicht. Wir sind hier gerade ein bisschen so in Geldproblemen. Ja, komm, ich packe erstmal noch eine rein. Hey. So, Mehl haben wir noch. Okay. Ja, normalerweise haben wir eigentlich... Boah. Jetzt 30 Ditscher. 31,98, Junge. So, vier zurück. Danke für ihr Money. So, 28 Cent. Oha. Oha. Der hat einfach alle drei aufgekauft. Junge. Aber wie gut, dass ich zwei habe. Bitte kauf jetzt nicht noch mehr davon. Na, er hat sich noch einen gegrabt. Habt ihr es gesehen, Alter? Der macht mir jetzt... Der macht mich jetzt einfach damit reich. Oha. Junge, das hat macht jetzt... Der bezahlt einfach 167 Dollar. Bamm. Und der nochmal hinterher, oder was? Alter. Das Toilettenpapier macht mich einfach reich. Ich habe 418 Dollar nur durch dieses Toilettenpapier gekriegt. Toilettenpapier. Du kommst wieder rein. Wir kaufen diesmal zwei davon, weil wir es einfach können. Wir können das... Ja? Wir können es kaufen. Das beschwert euch nicht. Ich will aber nochmal einmal Candy aufschreiben auch. Candy. Und einmal noch das. Dann sind das aber auch wieder 288 Euro. Aber macht nichts. So. Die Folge geht auch schon wieder 2 Minuten. Äh, 20 Minuten meine ich. Äh, 25 Cent. Ne, 25 Euro. 50, 60. So. Jetzt sind sie nicht mehr gärig darauf, oder was? So, kurz mal das Licht hier einschalten. Und dann bestelle ich das jetzt hier mal kurz. Brauche ich noch irgendwas? Ne, habe ich Kaffee jetzt aufgeschrieben? Ja. Milch habe ich noch. Oh, Mehl brauche ich. Mehl. Warte, bevor ich das mache, kaufe ich noch kurz mal zweimal Mehl. Ne, einmal Mehl. Einmal Mehl. So. Zack, zack. Gekauft. 1, 2, 3, 4. 40, 1, 2, 3, 4. So, 44, zack. Bam, 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 bam. Ihr das letzte Dingens gekauft, ey. Bam, 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 bam. 50, 60, 70, 80, 90. 99, 99, so. Danke sehr. So, jetzt muss ich aber erstmal hier kurz die Sachen einräumen, ja? So, einmal Kaffee für euch. So, hier nochmal der zweite Kaffee. Ich sag, nee, ich kann jetzt nicht. Gedulden Sie sich. Toilettenpapier. Toilettenpapier. Kommt hierhin, so. Dann einmal Mehl, darf natürlich auch nicht fehlen. Mehl hab ich, glaub ich, jetzt noch einmal geholt, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Mann. So. Packen hier nochmal kurz alles hin. So, und dann nochmal Candies hab ich geholt. So. Okay, perfekt. Das hier sind auch die letzten Leute, die hier noch was kaufen. 60, 68, so. So, 85, 50, 60, 60, 80, ja. Perfect, danke für die Milch. Okay, und das war's mit dem Tag. Wir haben, wie viel Geld haben wir jetzt bloß gemacht? 70 Dollar plus. Also, wir haben insgesamt 634 Dollar ausgegeben, müsst ihr wissen. Geil, geil, geil. Tuna wurde, ja, Tuna hab ich gar nicht. Ist die Milch runtergegangen, oder was? Nee. Was ich kurz mal aufschreiben kann, ist Wasser. Pasta. Öl. Ja, sonst haben wir noch alles, ne? Ja, Wasser halt, ne? Okay, Leute. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne liken, abo und kommentare. Na, schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hab'n traumhaftes Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao, ciao. out. Outro Untertitelung des ZDF für funk, 2017